Als erstes liest ein ganz wichtiger Moskauer Aktivist der ökologischen Bewegung und derjenige Mensch, der... Das war Jaroslav Nikitenko, der wichtiger ökologischer Aktivist ist und der die Webseite freepussyriot.org macht! Das Gedicht von Maria Alochina nochmal auf Deutsch, das ist der 11. März 2005. Übersetzt wurde es von Martina Steiß. Über Brücken und Schnee wechsle ich meine Rollen, hängen wie ein Verbrecher und trinken mit Königen. In zerschlagenem Wagen über eure Wege und schon unter Schnee lege ich mich ein wenig nieder. Mit mir trinken Scheusale, ich wechsle die Rollen, stehe wie ein König auf der Erde unter Brücken. Und das war Alexander Formosow, der, wenn man ihn so darauf einschränken kann, zum Beispiel freie Wahlen für Russland macht. Ist ein Historiker und politischer Aktivist aus Berlin.